Herzlich Willkommen, mein Name ist Dendera Susanna Medici, ich bin Astrologin, ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich habe meine mediale Fähigkeiten. Diese Aufnahme ist eine Blockadenauflösung für meine Klientin Anna. Anna ist selbstverständlich nicht die richtige Name, aber ich möchte diese Aufnahmen, auch die Beratungsvideos anonym veröffentlichen. Ich beschreibe kurz Annas Situation. Anna lebt alleine. Sie hat aber noch Erinnerungen und Gefühlen für ihr Ex-Partner. Sie möchte ihn nicht zurück, aber sie wünscht sich noch einen klärenden Gespräch. Damals, und es lag ein, zwei Jahre zurück, ist er gegangen und ohne Aussprache, ohne eine Trennung und seitdem haben sie keinen Kontakt mehr. Und Anna versteht das nicht. Ich habe ihr empfohlen, das Loslassen, davon verabschieden, zu sich selbst kommen und offen sein für eine neue Beziehung, für einen neuen Mann. Weil da liegt das Glück. Und sie sagt dann, ja, aber wie? Ich schaffe das nicht. Dieser Mann hält mich wie in einem Fesseln. Also brauchen wir eine Lösung und dabei hilft, ich nenne mal das als Blockaden, diese Blockaden auflösen und dabei hilft, die Klang der schamanischen Trommeln. Und das ist diese Aufnahme. Ich habe bewusst die Feuerelement gewählt, weil Anna ist in Tierkreiszeichnen Schütze geboren und die Tierkreiszeichnen Schütze gehört zu dem Feuerelement. Da liegt ihr Kraft. Dieser Sonnenuntergang soll ihr selbst darstellen, mit ihrem Sonnenbewusstsein, mit sich selbst. Sie braucht diese Stärke, sie braucht diese Kraft. Und dann kommt die Flamme, die Energie, der Feuer. Und sie soll all das verbrennen in Vergangenheit, energetisch verbrennen, alles, was sie zu diesem Mann noch verbindet. Sie kann natürlich auch Gegenstände oder Briefe symbolisch auch verbrennen, was auf ihn erinnert. Aber wir unterstützen sie natürlich bei diesem Prozess. Und diese Musik, dieser Klang der Trommel hilft dabei, diesen Blockaden zum Auflösen. Wir beginnen jetzt mit der Blockadenauflösung durch die Trommeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Anna, das ist dein Video, das ist dein Trommelmusik, das ist für dich abgestimmt, deine Blockade auflösen. Damit du die Vergangenheit abschließen kannst, dass du das loslassen kannst, dass du frei bist, frei für etwas Neues, was dich glücklich macht. Diese Trommelmusik ist speziell für dich angefertigt und es hilft für dich persönlich, deinen Blockaden zum Auflösen. Aber wir empfehlen dir, das öfters anzuhören. Haben sie auch irgendwo im Leben Blockaden, Hindernisse? Wenn sie brauchen, brauchen auch eine Blockadenauflösung, dann wird das für sie auch, für sie persönlich abgestimmt. Und wir werden dann natürlich anonym, dann für sie auch diese Videos, diese Aufnahmen erstellen. Und das können sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Und ich bedanke mich für die Zuschauer, auch das Zuhören. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.